Gefällt Ihnen, was Sie sehen? Wie wäre es damit? Oder hiermit? Mhhh, lecker, nicht wahr? Es ist wieder soweit. Wir kochen für Sie. Das dritte Orangerie-Schlossmenü. Jetzt nicht nur an einem, sondern gleich an zwei Tagen. Am 3. März, Musikbegleitung von der Band Why Not Acoustic. Erster Gang, Orangerie-Crew mit Küchenchef Marius Dölle und Geschäftsführer Dominik Hübler. Zweiter Gang, Deutsche See. Europas größte Fischmanufaktur seit 1939. Dritter Gang, Wolfgang Lastowicz. Ehemaliger Küchenchef von TV-Koch Stefan Marquardt. Vierter Gang, Wolfgang Müller. Sternekoch, Metzger und Gewinner des World Cooking Book Awards. Fünfter Gang, Christian Bach, Tortenweltmeister und Dessertkünstler. Die Winzerin des Abends, Viktoria Lergenmüller. Jung kreativ und das Gesicht des Weingut St. Anneberg. Tickets für nur 85 Euro pro Person inklusive Getränke. Das war der erste Tag. Der zweite Tag, 4. März. Musikbegleitung von der Band Pardon. Erster Gang, Orangerie-Crew. Zweiter Gang, Deutsche See. Dritter Gang, Wolfgang Lastowicz. Vierter Gang, Erik Arnecke. Küchenchef des Comir-Restaurants Philipp Soldam. Aufsteiger des Jahres 2015. Bester Nachwuchskoch in Deutschland. Fünfter Gang, Christian Bach. Winzer des Abends, Oliver Zetter. Winzer mit Erfahrung aus seiner Zeit in Italien und Südafrika. Tickets für nur 85 Euro pro Person inklusive Getränke. Das dritte Orangerie-Schlossmenü. 3. und 4. März. Die Tickets gibt es in der Orangerie. Die Veranstaltung wird präsentiert von Radio Bob und Extra-Tip. eine innovische digitale Generation des Helpen. 180. Bis zum nächsten Mal.